Der Herr Streich zu Köln, für Köln geht es ja noch um was, aber ich darf es jetzt, dass Sie bzw. Ihre Mannschaft das Spiel noch so richtig ernst nehmen können. Meinen Sie die Frage ernst? Natürlich. Sie heiße ernst. Ich kann Ihnen, also, das ist eine Frage, die gar nicht existent ist, natürlich. Also ich kann Ihnen eigentlich, ich kann Ihnen jetzt eine Antwort geben, nur die ist völlig überflüssig. Deshalb, finde ich, brauche ich Ihnen nichts drauf sagen. Sie haben ja doch die ganze Rückrunde verfolgt, oder? Ja. Ja, ist gut. Also, vor der Wolle, gegen Köln, nach der Wolle. Ich weiß nicht, ob ich volle Pulle, das ist mir dann schon. Ich möchte schon gerne, also, einfach Fußball spielen. Wir sind ja zum Fußballspielen da. Und, äh, muss ich das erwähnen, dass wir Sportler sind und Köln gegenüber und allen anderen Mannschaften gegenüber uns anständig verhalten. Ich meine, allein, wenn du das schon erwähnst, dann bist du schon in Verdacht, dass du das nicht tust. Aber wenn Sie mich jetzt so fragen, dann sage ich es halt nochmal. Jetzt natürlich, könnte sie vielleicht sagen, ja, aber wenn ihr dann freier seid, dann verliert ihr vielleicht ein bisschen an Spannung und so. Das ist ja vielleicht das, was ich sagen wollte vorher. Aber immer diese Hochspannung muss ja dann auch nicht zum Erfolg führen, wie man das bei anderen Vereinen jetzt gesehen hat. Und, äh, von dem her meine ich, dass Köln auch gegen uns vor keiner leichter Aufgabe steht. Davon sind wir schon überzeugt. Und, dass wir immer schwierige Aufgaben haben in der Bundesliga, das habe ich vorher schon gesagt, das bringt es schon mit sich, weil wir der SC Freiburg sind. Für uns ist jedes Bundesligaspiel schwer. Das erdrückt uns überhaupt nicht. Wir haben keine Angst, das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Aber für jedes Bundesligaspiel schwer. Und wenn wir das nicht entsprechend angehen, werden wir jedes Bundesligaspiel verlieren. Bis zum nächsten Mal.